und damit 19 zu den dieswöchigen vfb news hier am 4 juni was auch der stand ist natürlich die letzten news ja stand ist so 1 halb 2 13 30 wieder ein bisschen unterteilt weil ihr das natürlich ja auch so haben wollte da machen wir es auch so fangen an mit ein bisschen ja random quasi also khedira gibt seinen neuen job bekannt der wird em experte in den usa tatsächlich wo es gar nicht weiß jetzt nicht inwieweit die usa irgendwie die em interessiert aber auf jeden fall cooler schritt bei espn ja nicht schlecht wird bestimmt cool nicht schlechtes ding für khedira hätte ich auch bock drauf den mal irgendwie bei uns hier quasi im deutschen fernsehen als experten zu sehen auch schön auch so ein bisschen rund um den vfb so legionäre quasi aus unserem nachwuchsleistungszentrum zum champions league titel herzlichen glückwunsch thomas tuchel rüdiger und werner natürlich champions league sieg wir haben darauf reagiert am samstag champions league sieg von chelsea gegen man city natürlich unsere jugendspieler dabei und auch thomas tuchel auch jugendtrainer gewesen hat ja auch rund um das spiel runden in der saison schon mal hat man auch im podcast drin davon gesprochen dass ihm die jahre ja sehr viel bedeutet haben in stuttgart und er sehr viel gelernt hat sehr sehr schön deswegen war man natürlich auch für chelsea da am samstag jetzt gehen wir zum nächsten so ein bisschen ja auch weiterhin vereinsintern beyers hat sich geäußert in einem interview schugert ist das jüngste team in europa dementsprechend male ich mir mehr einsatzmöglichkeiten aus weil der verein talente fördert langfristig verfolge ich das ziel auch in den anderen top liegen europas zu spielen nichtsdestotrotz möchte ich lange beim vfb spielen ja recht ja normale hat durchsagt nichts sagen der aussage so war klar wir sind wirklich ein guter ansprechpartner dafür große talente dass wenn der jetzt irgendwie auch durchdreht wie ein zielers oder sowas irgendwann auch den weg finden wird zu größeren klubs ist auch klar aber zumindest auch einer mit der richtigen einstellung auch interessant der vf stück hat ist corona meister geworden wir haben tatsächlich die gesamte saison nicht ein corona fall vermeldet scheinbar in 20 21 hoffenheim ist der erste mit zehn stück die hat es hart erwischt bielefeld auch nur ein bremen ein frankfurt zwei und so weiter und so fort aber wir sind tatsächlich quasi ja auf platz 18 in der tabelle aber so gesehen quasi auf platz eins was da die sicherheit angeht blöd gesagt ja kicker elftersaison silas war man geduca hat es reingeschafft über rechts natürlich viele bayern spieler lewandowski müller goreczka kimmich andre silva angelino orban ginter marvin friedrich und manuel neuer beim kicker und auch ganz schön jung wird erfolgreich der vfb hat so einen kleinen saison rückblick gemacht in textform und auch in video form ganz schönes ding so grob acht minuten lang oder so kann man sich auf der webseite anschauen wir wissen die ganzen quellen verlinkt logischerweise ein bisschen schade kann da könnte man viel mehr rausholen ladet doch sowas mal auf youtube hoch wie weiß ich wie es damit in rechten aussieht vielleicht dürfen sie es auch nicht keine ahnung aber ich glaube die bayern oder so laden doch auch spiel highlights hoch leider doch so ein ding mal auf youtube hoch so das auf der webseite sieht doch gefühlt kein mensch übertrieben gesagt verstehe ich nicht ganz da wäre wirklich noch viel möglich was irgendwie die verarbeitung von video angeht von highlights angeht auch von fan von fans angeht was stimmung angeht was kurios und sowas angeht da könnte man auch viel mehr machen beim vfp finde ich ein bisschen schade so wir kommen natürlich zum großen teil ja transfers transfer update mäßig was wird aus trobertrainer gospodarek ist quasi über die überschrift vom kicker hier den sehr vermutlich zum hsv zieht sondern alles noch nicht durch aber den zieht so zum hsv zum tim walter aber was noch interessanter ist was in der unterüberschrift steht hoffenheim partizipiert am transfer von kurbel zum bvb das ist das interessante quasi aus dem kicker artikel schreiben von einer weiterkaufsbeteiligung die hoffenheim 2,2 millionen euro bringt aber direkt wieder ja kriegt man wieder zurück das geld gelder die sich die schwaben ihrerseits mit bonus vereinbarung mit dem bvb zurückholen werden schreibt schreibt george moisides hier vom kicker und ja da konnten wir davon ausgehen natürlich klingt erstmal komisch zwei drei millionen weg was sollen das jetzt hier aber die holen wir uns zurück sagen wir mal was ich bin kobe zehn schämen sich spiele macht oder sowas kriegt man irgendwie noch mal ein bisschen geld obendrauf so dass das normale vertragsgeplänkel da war es noch nicht ganz fix dann wurde es fix am 31 mai alles gute kreger 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 kobel verlässt den vfb stuttgart und wechselt so bloß ja dort nur die offizielle vfb meldung kam dann natürlich auch die kicker meldung dazu sprengen von der klassischen win-win situation wurde da gesprochen aus ja von von missland hat und so weiter ja meine vfb kriegt wirtschaftlich gut geld er macht den nächsten schritt zum champions die club also so gesehen kann man schon verstehen denkt trotzdem dass fünf vfb keine win-win situation ist dass kobe geht oder für die fans keine win-win situation ist dass kobe geht auch wenn man ja da den ersatz mit müller wohl ja noch nicht offiziell aber wohl gut dabei ist und ich glaube der wirklich auch einen guten job machen kann da als ersatz dann das aktuellste von heute noch pack ich auch mal in die in die preisregion quasi von dem kobe oder so oder noch mehr vor allem normalerweise so steht es um einen vfb abgang von kalajic ja europa meisterschaft könnte über zukunft entscheiden steht hier drin ist ja auch klar wenn er natürlich bei der wm jetzt auch alles zerschießt dann kommen die klubs hier wird mal wieder rb leipzig genannt also keine ahnung ich habe auch bei ihm einfach mal die aussagen sich ähneln zu denen von kobe habe ich ein bisschen die furcht dass uns auch und kalajic verlassen könnte bei ihm kommt der schritt noch mal ein ticken zu früh als bei kobe vielleicht da muss man auch gucken aber zu früh kommt aber kobe hatte halt ne er war bei hoffenheim schon bundesliga er war bei augsburg schon eine topleihe von hoffenheim damals auch in der bundesliga ein ganzes zweiter jahr gespielt aufstieg geschafft und ein ganzes erste jahr gespielt das ist bei kalajic halt von der vita nicht so ne der kommt aus österreich wie er doof sagt ne verletzt sich anderthalb jahre anderthalb jahre ist übertrieben sorry ein jahr grob verletzt er sich kann in der zweiter saison nur paar minuten sammeln weil eben corona ist nach hinten verschoben ist sonst wäre gar nichts passiert wir füttern den blödgesagten jahr lang durch vertrauen auf den sagen auch im sommer nö wir kaufen keinen neuen stürmer klar auch finanziell logisch aber wir sagen auch nö wir vertrauen dem wir brauchen jetzt keinen neuen stürmer noch neben ihm und gonzalez den man ganz den man von beginnern vorne bringen will deswegen keine ahnung dafür ist schon fast ein bisschen schade du hast das vertrauen in den er zahlst dir zurück danach einer guten bundesligasaison direkt abhauen keine ahnung wäre schade aber wenn er eben topklub ankopft dann ist es halt wieder bei kobe dann wirst du vermutlich auch nicht viel machen können keine ahnung mal gucken bin gespannt wie die m läuft wie das mit kalajic weitergeht klausel frist verstrichen was passiert mit kämpf ist eine sehr gute frage also ja hat er eine ausstiegsklausel drin irgendwie im zweistelligen bereich zwölf millionen schreiben sie hier jetzt reden sie von sechs bis acht millionen immer noch kriegen könnte problem ist irgendwie es stumpft ein bisschen ab was die gerüchte angeht also irgendwie kommt da nicht mehr allzu viel von frankfurter seite beispielsweise oder von von lazio oder sowas da kam wurden zwar in verbindung gebracht aber es ist nichts 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 näheres gehört irgendwie kann auch gut sein dass er gar nicht dass es halt schwierig wird in frankfurt jetzt mit neuen trainer vielleicht ist auch spielsystem anders dass da schwierig wird sich gegen indica sich gegen hinteregger gegen die ganzen verteidiger hinten da durchzusetzen deswegen kann ich kann mir schon fast vorstellen dass du den sommer gar nicht los wirst doof gesagt und dann wäre es natürlich schade weil entweder dann sagt er jo ok komm es ist aber dann doch so gut ich verlängere doch noch mal von bevor nächsten sommer dann ablöse frei geht oder du verlierst deinen nächsten sommer ablöse frei finde ich ein bisschen schade keine ahnung aber ich sehe mich gerade bisher von gerüchten ja kein klub der jetzt hierher kommt sagt jo sechs bis acht millionen zahlen wir dir wir wollen kämpfen unbedingt haben mal gucken ob da noch ein bisschen mehr in die gerüchte küche gerüchte küche reinkommt schlotterbeck wäre der ersatz auch kicker interview geführt wichtigste aussage vermutlich da natürlich u21 em ist er dabei spielt da gut auf und er wäre dann quasi wieder vereint mit seinem bruder mit kevin schlotterbeck bei freiburg bei der name freiburg ja und ja klingt so es klingt so 50 50 er sagt er könnte auch bleiben aber was er auch sagt wenn es uns beiden gesagt wird wir spielen beide linker in verteidiger dann wäre es ein problem intern in der familie dem würde ich dann gerne aus dem weg gehen also ich glaube ganz abgeneigt ist er nicht ja keine ahnung jetzt nächstes ding diese summe wünscht sich freiburg für schlotterbeck es hieß im interview mit einem offiziellen von freiburg ja dass es eben in den bereich von robin koch und luca malzschmidt gehen soll und das heißt koch 13 millionen weil schmidt 15 millionen das heißt sie wollen scheinbar in den bereich von zwischen 13 und 15 millionen bei schlotterbeck gehen ja also ich habe ja schon leichte schnappartung bekommen bei acht millionen weil einfach rein vergleichsweise hast du für sie das auch acht gezahlt für ganz alles auch grob acht glaube acht und halb neun oder so was und halt eben für anton die hälfte gezahlt für den koble die hälfte gezahlt na klar vom markt her ist in ordnung weil warum sollte man es denen das top top abwehrtalent nicht auch für 13 bis 15 millionen verpflichten oder wird für ihn fordern aus freiburg sicht wenn bei den koble eben auch 15 millionen mehr hat ist vom markt ist in ordnung aber 13 bis 15 millionen also da das ist schon was zu stemmen in dem corona sommer immer noch und immer noch aufsteiger klar wir stehen finanziell in ordnung da scheinbar aber wir sind jetzt auch nicht so als könnte man da komplett raushauen also ist schon wirklich hoch ist schon wirklich hoch also ich werde nicht abgeneigt den kollegen zu holen hätte ich bock drauf aber dafür müsste tatsächlich wirklich ein kämpf gehen und du müsstest wirklich für einen kämpf sechs acht millionen oder sowas einnehmen und dann müsste wahrscheinlich noch mal irgendwer gehen ein gonzalez oder so ein kaleitsch oder sowas um das wirklich genau stemmen zu können mit der sicherheit ein bisschen noch als backup zu haben weil was weiß ich wie viel von den 15 millionen für koble übrig bleiben also du willst ja noch fünf sechs millionen für den müller ausgeben und das wird das gefühl auch gewesen sein was mit der geld mit von dem geld sehen wird ich weiß nicht wie genau das die transfer summen die transfereinnahmen direkt in den vereinen gehen quasi in andere problemfehler gehen oder ob müssen da die alle bei sich bunkern kann das wird halt nicht so sein deswegen schwierig schwierig hohe ablöse thema gonzalez hat man gerade schon 18 millionen offerte für gonzalez schreibt fußballtransfers.com wieder mal brighton and hall of albion interessiert an gonzalez hat man schon letzten sommer letzten winter hat man schon ein paar mal öfter unsere schmerzgrenze soll bei 25 millionen euro liegen das ist ja auch genau der marktwert 18 millionen keine ahnung also bei gonzalez kannst du schon auf um die 20 wenigstens gehen also da kannst du wirklich schon 20 und ein bisschen aufwärts hoffen glaube ich und sagen wir mal ehrlich ich weiß es nicht also erst natürlich wird man gerne behalten gonzalez wahrscheinlich einer mit mit dem größten talent im team aber und auch mit mit der größten festigkeit auch im team hat schon ein bisschen was offen offen auf ein bisschen was in seiner vita auch schon ein bisschen was bundesliga spielt auch national mannschaft argentinien der hat schon ja sich schon gut entwickelt auch die 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 eis ja das 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 eiskalte vorne drin hat sich bei ihm groß geändert war wirklich lange zeit so ein bisschen der chancen tot und hier und da aber es hat sich wirklich verbessert bei gonzalez also natürlich erstens willst du gerne halten mal gucken wie nach der verletzung zurückkommt und zweitens keine ahnung wir sprechen ja immer von top 16 klubs an die wir unsere spieler verkaufen wollen wenn es wenn es geht das ist halt brighton nicht die sind top 16 klub in der englischen liga ja weil sie 16er wurden ich weiß die hatten gruppen recht großen abstand zu den abstiegsrängen haben auch tatsächlich habe ich ein bisschen auf twitter mitbekommen gar nicht schlechten fußball gespielt nur denen hat eben das gefehlt was ein kontaktes vielleicht bringen könnte nämlich ein stürmer das tor trifft dann scheinbar wirklich gar nicht verkehrt gespielt aber eben einfach ihre tore nicht gemacht da vorne drin aber auch schon rein aus rein aus gonzalez sicht ja ist das der nächste schritt bruder premier league abstiegskandidat oder mittelfeldklub ist das der nächste karriere schritt also das der wird mich in jeglicher hinsicht wundern dieser wechsel weil irgendwie ist das ist nicht ein top 16 klub aus vfb sich dann immer verkaufen will da und aus gonzalez sich auch nicht der nächste schritt also das ist irgendwie keine ahnung da würde ich mir was größeres wünschen erhoffen wenn ich gonzalez wäre als als brighton also keine ahnung ich glaube wirklich wenn da irgendwas näher wird mit brighton dann noch zwei dinger aus der jugend quasi türgütische münchen holt großes sturmtalent hottmann vom vfb zwei da war da auch glaube ich schon mal an sonnenhof groß aspach ausgehen und so geschichten ja jetzt ist er dann glaube ich fest verpflichtet worden von türgützschü und absolut feierbar wie in der vfb also nicht nicht für ihn glaube ich direkt aber generell im sturm ein bisschen ja aber als backup kommt ist sven schiplock schippo ist zurück 32 jahre alt wird ab der neuen saison als führungsspieler der vfb 21 in der regionalliga südwest auf toriak gehen sehr sympathischer transfer sehr cooles ding schiplock auch einer aus der jugend ist also von bielefeld gekommen einfach feierbare transfer finde ich cool mal gucken was der in der regionalliga so so rocken kann dann so ein bisschen ja sind immer in zwei news deswegen keine große kategorie aber wir haben noch ein bisschen was zum präsidentschaftswahl im sinne von wir haben eine aussage von pierre-enrik steiger durch über deutsch mit dem hintergrund und verbindung zu liebherr wusste ich schon vor abgabe meiner bewerbungsunterlagen dass der vfb leider keinerlei rolle in den planungen von liebherr spielt das ist auch interessant weil es war ja damals weiß ich ob es der im endeffekt war wir sprachen noch über gerüchte dass es die sein könnten mit dieser 60 millionen neuer investor geschichte liebherr ist dann wohl scheinbar raus und wir können weiter suchen nach einem zweiten investor und noch interessanter natürlich vfb versammlung soll im stadt und stattfinden mit 5000 teilnehmern schreibt die bild ja macht ja auch sinn so ein bisschen also das corona geschehen geht ja schon wenigstens ein bisschen zurück also inzidenzzahlen werden schon besser wie gesagt ist am 18 juli ich glaube da wirst du schon 5000 zuschauer ins stadion bringen können von der misslinien versammlung ohne da jetzt irgendwie gesellschaftlich für angegriffen zu werden wenn man auch vergleicht was was ist im juni und sowas auf einmal wieder 14 15 tausend kam es auch erst die meldung nach nach München dürfen zu den em spielen die in münchen stattfinden unsere drei deutschen spiele und glaube ein viertelfinale ist es deswegen glaube das sollte in ordnung gehen die stadt hat noch nicht dem noch nicht stattgegeben quasi die stadt aber ich glaube dem steht eigentlich nichts im weg dass wir eine präsenz sagen wir mal eine präsenz mitgliedsversammlung haben dann noch wir haben wir immer ein paar throwbacks drin vor acht jahren also am ersten juni vor acht jahren der vfb für das pokalfinale gegen den fc bayern mit drei zu zwei war tatsächlich auch im stadion damals wahnsinn wahnsinn pokalfinale das das erlebnis ja das nimmt mir keiner mehr das war richtig richtig geil spiel auch wirklich gut wirklich gut gegen bayern klar drei hinten gelegen aber dann eben auch dieses comeback harnik zweimal und dann kurz vor schluss war hat glaubt ukasaki taski mit dem kopfball weggenommen quasi irgendwie zu früh reingegangen in den kopfball hat ihn durchgelassen hat er vielleicht getroffen der hintere kollege da wäre dann vielleicht wirklich noch ein 33 drin gewesen es wäre eine krasse aufgeregt gewesen die tatsächlich auch drin war also ja von der leistung sehr sehr zufriedenstellendes finale auch wenn du natürlich nicht gewonnen hast aber es war ein mega geiles erlebnis da vor acht jahren auch unfassbar wie viel zeit vorgeht und hier auch vor vier jahren auch am ersten juni die mitgliedsversammlung des vfb die mitglieder des vfb sorry stimmen mehrheitlich für eine ausjährung des e.v was ist hier das bild 84,2 prozent haben dem antrag auf zustimmung zur ausjährung stattgegeben auch schon vier jahre her der ganze spaß und noch ein paar news ein paar paar aussichts news quasi drei stück haben wir noch nummer eins infotweet von der deutschen fußball liga die spielpläne der bundesliga und zwei bundesliga für die saison 21 22 werden am 25 juni veröffentlicht ich gucke noch mal ganz spontan in den kalender rein okay das ist ein sonntag okay das ist ein sonntag also passt jetzt nicht direkt aktuell in den podcast rein dann kriegt er die news wahrscheinlich dann am dreißigsten ne warte mal falsch das direkt am freitag dann kann ich es vielleicht sogar noch in den podcast reinpacken ist direkt am freitag ja 25 juni ist direkt ein freitag je nachdem wann die kommen ich tippe mal auf morgens könnte ich das vielleicht noch direkt brandaktuellen podcast reinhauen wäre natürlich cool dann das nächste aussichtsmäßige was auch endlich passiert ist der rv fischogart gründet eine abteilung für frauenfußball sehr schön ab das 2022 dran sondern ich soll es losgehen erstmals in seiner vereinsgeschichte sehr schön gefällt mir jetzt auch eine geschichte die sich der vogt dann ja auch historisch gesehen das kannst du immer mit vogt verbinden dann der hat den frauenfußball hier reingepackt und dann als letztes auch quasi brandaktuell gestern abend war es halbfinale zwar ohne einsatz von klimovic aber es im kalter dabei hat auch schon seine einsätze bekommen er trifft am sonntag mit der u21 von deutschland auf portugal im finale der u21 m sehr sehr geiles ding sich mir glaube ich auch ein am sonntag abend 21 uhr müsste sein natürlich ein cooles ding die die u21 m zu holen letztes mal zu 17 geholt 219 waren sie scheinbar auch im finale und dann jetzt eben glaube ich glaube ich in spanien verdommen oder sowas also der kunz auch wahnsinn weil das ist auch eine recht große rotation er bleibt ja nicht so viel beisammen wie bei einer richtigen a nationalmannschaft oder beim richtigen team das ändert sich immer wieder die die nominierungen für die u21 mk natürlich und dann kommt der drei jahre in folge immer in immer ins finale ist halt wirklich schon sehr sehr stabil und auch so wie es wirkte vor dem fernseher quasi die haben wirklich starken teams bild haben richtig bock miteinander zu kicken deswegen mal gucken kann natürlich aber das ist kein experten wissen um portugal einzuschätzen aber natürlich ein geiles ding vor der richtigen m noch die u21 m zu gewinnen und dann kann natürlich ganzen jokes wieder aufkommen natürlich mit der richtigen a-mannschaft verkackst dann kommen direkt die jokes und auch jetzt schon da schickt doch die u21 einfach zur richtigen m mal gucken was da geht aber auf jeden fall cool dass es bis dahin geschafft haben natürlich was umso geiler sind und auch zu gewinnen und damit ja wer ist das mit den news von dieser woche gewesen am sonntag kommt das stream best of video und sonst natürlich wie immer nächste woche mittwoch kommt dann ein video mit der ja auswertung von den ganzen 15 abstimmungen sind es im community tab da gerne noch mal abstimmen mit den ganzen vfb votings quasi genau und dann noch ein schönes wochenende vielen dank fürs zuhören oder auch fürs zuschauen auf youtube und bis zum nächsten mal